Winitou ist gekommen. Ich habe einen Kompass. Ah ja, einen Kompass. Meinst du den? Entschuldigung. Lass laufen, lass laufen. Ich habe einen Kompass. Aha, einen Kompass, jawohl. Meinst du den? Herrschaftszenten. Ich habe einen Kompass. Aha. Wo ist er? Ja, nichts geht auf, halt schnell. War anders. Hey. Hey. Die Kaiserin wurde gestürzt. Dann habe ich mir das Dollarzeichen auf den Sack telefonieren lassen. Bitte einmal das Dollarzeichen auf den Sack telefonieren. Das ist Weltklasse, tut mir leid. Ich spreche doch nicht passende Vorwahl dafür. Zwei Brüder auf einer historischen Mission. Zwei Helden und ihr größtes Abenteuer. Stell dir vor, ich habe eine kennengelernt. Ihr Name ist Annette und morgen ist die Hochzeit. Eine Reise ins Ungewisse. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl. Exzesse an der Wall Street. Eine bedrohte, fremde Welt. Und das alles in einem einzigen Film. Wir haben lange auf euch gewartet. Servus. Servus. Sag mal, Spuki, hast du deine Globulus dabei? Nur Rescue-Tropfen. Toll! Snoozen. Hört euch! Was ist? Haben wir angegriffen? Fünfzehn Jahre lang habe ich meine Ruhe gehabt. Kaum kommst du da her, gehst raus! Ich denke, er hat genug Django. Allein für den Text gehört, der mal wieder ordentlich die Fresse poliert. Oh mein Gott, was ist das? Gustav. Gust-Gustav. Jo-Jo-Pa-Öl! Nach der Schuh des Manitou und Traumschiff-Surprise-Periode 1 Ein Stiefmütterchen. Die neue Kinokomödie von Michael Bulli-Herbeck. Habt ihr nicht auch so leichte Schwindelgefühle? Dann musst du Bachbrücken nehmen. Nein, dann brauch ich doch was, Herr Theresa. Bulli-Parade, der Film. Ja, Owen, war das jetzt ein Rübser oder bist du traurig? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dr.